Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 25. Mai Die anderen aber hatten sie ihren Spott und sprachen. Sie sind voll süßen Weins. Apostelgeschichte 2, Vers 13 Schlimmer konnte man nun wirklich nicht missverstehen, was da am ersten Pfingsttag geschah. Die Jünger des Herrn Jesus sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und nun drängt es sie, andere an ihrer Freude teilhaben zu lassen. Da aber geht der Spott los. Die haben wohl zu tief ins Glas geschaut. Ich vergesse nicht, wie mich einmal ein Mann anschrie, als ich ihm das Evangelium bezeugte. Sie haben ja Tinte gesoffen. Mir ist, als sehe ich den Petrus lächeln, als er diesen dummen Spott hört. Nun springt er auf und hält eine Rede, deren Inhalt etwa so ist. Betrunken? Ja, betrunken waren wir. Wie ihr jetzt. Vom Geist dieser Welt und von uns selbst. Aber nun ist der Geist Gottes in unser Herz gekommen. Und da sind wir endlich richtig nüchtern geworden. Denn der Heilige Geist macht nüchternen Leute. Jetzt erkennen wir endlich den lebendigen Gott, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Jetzt erkennen wir endlich die Gefahr, in der wir gestanden haben und in der ihr steht. Jetzt erkennen wir auch uns selbst, unser durch und durch böses Herz, das so böse ist, dass wir den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt haben. Ja, jetzt sind wir endlich nüchtern geworden, dass wir begreifen und erkennen, wo unser einziges Heil liegt. Gerade in dem gekreuzigten Gottessohn, der uns Vergebung unserer Schuld und Frieden mit Gott und wirkliches Leben und ewige Seligkeit schenkt. So etwa hat Petrus geredet. Und das sollten wir hören. Denn wir meinen auch noch so oft, der Heilige Geist mache unnüchtern und führe uns aus der Wirklichkeit. Umgekehrt ist es. Er macht uns unsagbar nüchtern. Herr, wecke uns auf aus unseren Träumen und zeige uns die Wirklichkeit. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. Amen. 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 Vielen Dank.